Wow, lass mal ein bisschen Netflix gucken, Alter. Fass, bauen wir dein Zimmer auf. Was machst du? Wie du willst nicht? Redest du mit mir? Redest du mit mir so, hä? Wo ist mein Tablet? Schau mal auf das Telefon. Schnell! Fass, was machst du? Ich habe dir gesagt, Hände waschen. Was machst du? Wasch deine Hände. Sofort, Hände waschen. leich, wenn du mit dem Ballagas hast? Corona ist da. Corona ist da. Corona. Corona Quarantäne 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 Ja, hey, was ist diese, diese Fan-Bedienung? Faros, hol mal, komm hier, komm hier, komm hier, gib mir die Fan-Bedienung. Papa, das liegt doch da. Gib mir die Fan-Bedienung. Nein. Was machst du, hä? Du machst mit mir Spaß, hä? Komm, 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 wo ist meine Gürtel, wo ist meine Gürtel? Hast du, hä? Hi, das ist mein Fernsehen. Wir hatten heute wieder Corona-Kabinett, wie Sie wissen, und sind ja auch schon informiert worden von den entsprechenden Fachministern. Auch wichtig, dass wir als eine Erfahrung aus dieser Pandemie lernen. Diese Corona-Makronios-Makronios, hä? Was ist diese, hä? Faros, komm hier, hä? Komm hier, hä? Hast du dein Handy gewaschen, hä? Ja. Okay, gut. Hä? Mein Sohn schlau, hä? 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 Das ist meine Merkel, hä? Frau. Meine Frau sagt so, hä? Ich muss mich so, hä? Hä? Papa, ich geh raus. Hä? Dein Sohn, bleib stehen. Wo du geh raus, hä? Es ist Corona. Meine Frau Merkel hat gesagt Corona-Morona. Und wo du geh raus, hä? Bleib zu Hause. Papa, ich geh raus. Meine Freunde warten auf mich. Ich hab Jan gerufen, hä? Wie geh raus, hä? Wo ist deine Maske, hä? Ich hab keine Maske, die Masken sind ausverkauft. Du gehst nicht raus, hä? Wo, wo, wo? Ey, bleib stehen! Das war's mit dem Video, wenn euch das gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Und teilt diese Video mit euren Freunden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und auf jeden Fall bei... ...hund... 100 Likes kommt der zweite Teil vom Vater und Sohn. Und ja, Leute. Folgt mir auf Instagram. Link in der Beschreibung. Pfarrers Wort. Und ja, Leute. Äh, was machen du, hä? Pfarrers Wort, hä? Pfarrers... Pfarrers... Pfarrers...